Die Kommissarin wäre wohl eine gute Prostituierte oder so. Ein Opfer. Es gibt doch immer die so unwesentlichen Kommissare sozusagen, die so Unterstützenden. Die haben dann immer so ein bisschen was am Laufen mit irgendeinem Tor an der Welt gehen. Also die Leiche wäre für mich gut, obwohl ich nicht so viel rede. Naja, ich würde schon immer mal die Leiche im Tatort sein. Ich wäre wahrscheinlich, rein vom Äußerlichen, der IS-Schläfer.